Werte Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich zur Human-Konferenz erschienen sind. Das Thema ist Brücken bauen. Ich bin heute hier, weil ich Ihnen einen Impuls zum Thema Human Innovation vorstellen möchte, wo ich positive Zukunftsbilder betrachten werde. Für mich ist Mitwalda wirklich so ein Symbol der Hoffnung, wo man einfach sieht, die reden nicht nur, sondern die machen was. Building Bridges, ich finde, das sagt es auch schon. Die Konferenz ist klasse. Klasse ist der Name, Human. Der Grundgedanke ist einfach, wie der Mensch sich sozusagen der Technik mitentwickeln kann. Es sind sehr viele Menschen hier, die teilnehmen, die auch was erreichen möchten. Ich freue mich über jeden, dem klar geworden ist, dass das nur Innovationen uns voranbringen. Bildung, Wissenschaft, das ist der Schlüssel für die Zukunft. Es ist dabei extrem wichtig auch, dass das Ganze nicht nur passiert in einem Berlin, in einem München, in einem Hamburg, sondern dass eben auch unsere Regionen gestärkt werden. Gerade in der Region gibt es eigentlich noch wenige coole Beispiele, wo Leute einfach mal sowas machen und auch die ganze Welt zu sich einladen. Ich finde das klasse. Da hat es ja auch über die Grenzen von Mitwalda hinaus dadurch die Stadt bekannt. Ich bin vorhin reingegangen und kannte keinen in dem Raum und bin rausgegangen und habe mit allen Zähnen eigentlich gequatscht und das fand ich super. Ich glaube so ist das tatsächlich ein echtes Fenster in die Zukunft, was hier in Mitwalda aufgestoßen wurde.